Das letzte Mal bei Dust. Oh mein Gott, es ist ein Java. Und go. Herzlich willkommen zurück zu der nächsten Episode von Dust in Elijah and Tale. Wir sind auf dem Weg zum Dorf. Das hat er auch nicht kommen sehen. Was ist denn hier unten? Hm, hier brauche ich so eine komische Brucht. Warte, war hier vorne nicht eine? War hier hinten nicht eine davon? Ja. Ich habe hier gerade mit der Frucht in die Luft gesprengt. Ganz grob geschätzt. Und wir haben nur drei. Das ist jetzt blöd. Und hier ist gar nichts. Okay, wieder nach ganz oben. Dieses Spiel ist sowas von wunderschön. Ohne Scheiß. Und einfach geil zum Dorf. Das Spiel erinnert mich stark an die alten Rayman, gepaart mit Devil May Cry. Devil May Cry wegen dem hier. Der Arme. What the fuck? Wie hoch ist der geflogen? Der kam gerade erst wieder runter. Dust, there is something up there. Not a problem at all. Stand back. All right, I've got it. Wait, no. Ah. Fail. Having some trouble there? Yeah, I don't know. I just can't get a good enough grip. Aw, you're just trying to show off. That's sweet. Don't worry about it. I'm sure there's a way to get up there. We'll just come back later. Okay, was auch immer du rillst. Ja, nie, schon wieder die Fischer. Oh, yeah, das ist ein Dorf. Looks like we're heading in the right direction. Be on your guard, Dust. I sense a powerful foe ahead of you. Don't worry, Dust. I'll be behind you every step of the way. Oh. Way behind. Hey. Ah, it's another one of those spiky slime things. Their persistence, I'll give them that. Much as I pity this corrupted beast. Now might be a good time to demonstrate the parry technique. Allow it to strike. Oh. Attack and hold the button at the moment of the enemy strike and you will parry their attack. Warum kommen Dildos aus dem Teil raus? Timing is crucial. And you must be facing your opponent. And as you can see, a successful parry may also days your opponent temporarily. Now, put this beast out of its misery. Jetzt mal ohne Scheiße, sieht leicht pervers aus. Oh mein Gott, ich darf mir gar nicht vorstellen, dass es dazu fan-ups gibt, zusammen mit Fidget. Oh mein Gott, du musst sterben, sofort! Wer bist du? Ich sehe jemanden da drüben. Ja, zwei Meter vor dir. Ich weiß nicht, ob wir nichts zu essen haben. Wir sind ein bisschen in der Zeit, Fidget. Nichts worry, ich werde dich später beenden. Hey, ich bin kein Pett. Aber, äh, ich würde das empfehlen. Danke. Hey. Hey. Oh, hello. You surprised me there. Don't get many travelers this far out of town. Sorry about that. It's nice to finally meet a friendly face. So, we're getting closer to the village then? You mean Aurora village? Yes, it's just beyond those fields to the east. And I think you might be just in time. What do you mean? The monster attacks down there have been getting worse. Right before you showed up. I'd swear I heard somebody shouting. She's right, Dust. I can hear somebody calling for help further down the path. Let's get going. Yes, please hurry. Be careful. Oh, nein. Müssen wir jetzt wirklich wieder Dorfbewohnern helfen, für die, sich nicht kein Schwein interessiert. Ich werde immer in die scheiß Heldenrolle gezwungen. Speichern, meinetwegen. Was ist hier los? Sie nimmt ihn von hinten! Wobei soll ich euch helfen? Oh, dabei. Wobei. Wobei. Look at the size of that thing. Don't worry. I think I can handle it. Yep. Exercise all you've learned, Dust. Send these foul creatures from this existence. Au. Hu. Oh. 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 es stirbt. Jawohl. Oh nö Aua 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 Er macht ziemlich viel Schaden Alter wie viel Schaden macht der Werden 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 Was Nein, verdammt! Ich hatte gerade... Ich hatte so einen hohen Combo-Wert, Alter. Ich hatte so einen riesigen Combo-Wert, Mann. Ah, sie waren nicht so hart. Ich könnte wahrscheinlich noch vier oder fünf davon nehmen. Du weißt, wenn ich hätte. Und das war da. Oh, danke dir so viel. Was ist hier passiert? Ich... Ich weiß nicht. Wir waren hier, die Fäden, die die Giants attackten. Ah, so nennst du das also, was sie da macht. Wir haben sogar viele Probleme mit kleineren Bästen. Aber das ist die erste, dass ein Gigant so nahe zu der Stadt gekommen ist. Dann ist der erste Schritt auf deiner Reise nahe zu ihrem Ende. Der Stadt liegt gerade vor. Ja, wir haben hier gelesen, und das ist großartig. Aber was jetzt? Das hat mir nicht noch gezeigt. Diese Leute sind sicher, und das ist, was wichtig ist. Ja, ich bin einmal gestorben, aber so. Das ist, was ich tue. Dich. Jetzt mal ohne Scheiß, was tut ihr da? Ich will es gar nicht wissen. Ihr habt die Felder gescheckt. Nein, Viertel, das machen wir nicht. Hör auf, so zu pervers zu denken. Oh yeah, Kapitel 1. Dorf Aurora. Sehr schön. Okay, ich würde mal sagen, an dieser Stelle ist es gut, einen Cut zu machen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich und Fidget werden natürlich auch in der nächsten Episode wieder alles dafür geben, euch zu unterhalten. Immer noch negativ, bis zum nächsten Mal. Bei Dust. Petersen. Jetzt mal. Ich Handschel. Vielen Dank.